Ich frag mich ja, ob das Vögel da hinten sind oder wieder die komischen Viecher Wo siehst du ne Vögel? Wo sieht man in der Regel Vögel? Da siehst du doch schon, dass das die Viecher sind Da, ich seh das nicht Dann solltest du vielleicht mal von deinem Röhrenfernsehen wechseln Auf dem Röhrenfernsehen Also das siehst du, also ich seh ja wenig, aber das hab ich sogar gesehen Du musst auch immer wieder dran denken, du bist ein studierter Mensch und hast dein Master aus dem Automaten Hast du gesehen? Ja, ich hab's gesehen Für mich sind das immer noch Geier Weiß der Geier oder weiß er nicht Was hast du gesagt? Das sind jetzt Geier Ja, ja, ja Also ich seh ja nicht gut, ne, aber Jetzt kommt aber bestimmt ein Gegner, wa? Oh, das sieht eher aus wie Arenakampf Ja, das mein ich ja irgendwie so Ah, kann aber was werden, wenn wir jetzt noch Kreden als Gegner kriegen? Wieso hat der mich getroffen? Du bist nicht ausgewichen. Wie, warte mal kurz. Die sind tot? Was ist denn jetzt gerade passiert? Ja, du bist nicht ausgewichen. Hey, wieso hast du dich jetzt für eine andere Spielsitzung entschieden? Was? Ich hab gar nichts. Warte mal kurz, bei mir ging gar nicht mit Ausweichen. Was stand denn bei dieser Ausweichen? Es stand dann, als der Typ, als diese Sprungszene kam, stand Viereck Ausweichen. Ja, wieso stand denn das bei mir nicht? Na, na klar, jetzt tut er wieder so. Deine tollen Augen hast du bloß nicht gesehen. Wirklich jetzt? Ja, ja, ja. Geh du jetzt mal vor, vielleicht... Ja, natürlich. So, überspringen. Hier, ja? Jetzt! Nee, geht bei mir nicht. Ich hab jetzt einfach vier gebrückt ganz oft, aber... Jetzt bist du ja nicht ausweichen, oder wie? Doch, eigentlich schon. Oh, ey, ich bin aber auch in Schafkürze. Ja, ich hab mich einfach. Das war doch schon Wahnsinn eben. Oh, dann war noch einer. Das war auch nicht klar. Nochmal! Da sind jetzt nach und nach die... bestimmt über die Tonnen stecken. Äh... Gelechtete Zieler, genau. Schnelle Zieler. Ich hab's verkackt. Ich auch. Ich muss das mal leiser machen, ey. Das ist viel zu laut, ich hab dich gegründet. kaum verstanden er und l2 so schnell victor ja nicht ich glaube aber fast du musst das ach so dann stand es ja doch bei dir jetzt gerade ja ja pass mal auf weil das jetzt zusammenwalten vorhin stand das bei mir nicht weil du es machen musstest ja 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 ich hab nie durch die weg geschoben ist bei mir steht nämlich nichts wie soll ich denn das sehen ob bei denen steht nein aber wenn du es jetzt richtig machst ich drücke jetzt nicht okay jetzt muss ich schieben muss also ich sie den namen jetzt jetzt muss ich drücken sagt ich habe gedrückt rechtzeitig denn jetzt muss man gleich beide gleichzeitig ausweichen l2 r2 denk dran ja ich glaube drücken ab wann wollen wir drücken wollen wir jetzt schnucken nein ich würde lieber jetzt schon mal drücken ich habe gedrückt ist auch nur merken wir hatten den jetzt runter erschossen oh wir haben in der fütter ha ha oh du bist hier Team Delta Team Red Team 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 Ah, toll. Ich dachte, wir hängen uns jetzt daran. Das war doch klar. Was, wer ist denn das? Jill Valentine. Guck mal, die hat ein ordentliches Mikro nicht so wie du. Oh Mann, ey. Ey, also ich bin da mit weniger Präzision, das ist schon wieder der Wahnsinn. Ach, das Schlimme ist, ich kann nicht mehr was dagegen sagen. Ich kann was dagegen sagen. Ich habe mir gedacht, ich überlasse hier halt ein bisschen mehr die Zeit hier, damit du halt auch so denkst, oh, du bist gut, weißt du? Ja, drücken. So, verwalten. Ja, das kann man eigentlich verkaufen oder nicht? Was ist denn bei Kaufen jetzt? Schutzweste, ich weiß immer noch nicht, ob das was sinnvolles ist eigentlich. Na, du wirst halt dann nicht so wie Schaden nehmen, ja. Ja, aber wenn die relativ genauso runter geht wie die Heilung letztendlich, also deine Lebensenergie, dann ist das auch für 10.000, ist das für den Arsch. Ja, naja, stimmt. Die Frage ist, ich level jetzt lieber die Dings auf, wa? Wie packe ich denn was jetzt ins Inventar? Ja, wie habe ich denn das vorhin gemacht? Vor allen Dingen vorhin. Gestern. Wie war denn das jetzt? Du hast gesagt, das Geld teilen wir uns nicht, ne? Nein. Also, ich habe jetzt 10.000, du hast auch noch dein eigenes. Weiß ich nicht, ich sehe mein Geld gerade nicht. Ich will ja meine Scheiß MP irgendwie auswerfen. Ich habe 10.600, ja. Aha. Ja, wie ging denn das? Du musst halt aufklicken und dann... Ja, weiß ich nicht. Hm, toll, danke. Ja, was soll ich denn machen? Ich... Ach, ich habe jetzt... Die kleine Pistole ist dann schon am Maximum ran verbessert. Gucke an. Äh, der geht doch nochmal. Das ist verbessern, verkaufen... Ach, du kannst ja noch kritische Treffer auch noch... Was kostet denn das kritische Treffer? 3.000, die spinnen doch wohl. Na komm, ob ich jetzt was... ...als das richtig gemacht habe, ich weiß gar nicht. So, jetzt habe ich meine Waffen... ...bohren die verbessert. Ja, schön, ich muss immer noch rausfinden, wie ich meine... ...wie du was wegpackst? Ja. Warte mal, du klickst es an... ...machst es entfernen, oder? Ja, einfach entfernen, das ist im Inventar drin. Was ist denn entfernt für eine Taste? Die du drückst, du klickst es an mit X, ne? Ach so... Ah... Okay, danke... Ui... So viel Schätze, wir hier drin sind... ...aber ich konnte jetzt gar nichts verkaufen, wie kann ich denn das verkaufen? Ach doch jetzt. Munition konnte man ja nicht kaufen, sagst du, ne? Mh, nö... ...habe ich glaube ich nicht gesehen. Sag, machst du noch gar nichts weiter verkauft, oder was? Nö, ich habe jetzt... ...aber ich bin auch mit meinem Geld auf Null. Also wie in real life. Äh, wie in real life. Aber ich guck grad... Wieso kann ich denn die Feuerkraft? So steht da kein Geld wert dran, was die Feuerkraft verbessern kostet. Ja, vielleicht bist du schon auf dem Maximum. Ne, bei der Show finde ich noch nicht. Aber anscheinend kann man wahrscheinlich gleich alles voll hochleveln. Also da sagt er grad, geht nicht, also ist momentan nicht möglich. Ja, komisch. Ja, man muss echt mit seinem Inventar... Aber er sagt ja auch, man kann es momentan nicht verb... Wo kann ich denn... Ach, da unten... Kann ich denn theoretisch die Muni, die in der Waffe steckt, irgendwie wieder rausholen, ne? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Weil wenn ich jetzt meine alte Pistole verkaufe, will ich ja eigentlich gerne die Munition vorher rausholen. Ach so. Na, ich verkaufe jetzt einfach mal... 200... Ja, was soll ich damit... Hecklauenkoch... Rutsi... Hat auch die... Hat auch die... Die Munition geht dann automatisch ins Inventar, das finde ich cool. Ach so. Zack. Okay, packe ich jetzt... Willst du die... Die... Die Sniper haben? Ja, geh rüber. Ich... Aber kannst du jetzt nicht machen? Äh... Nee, warte... Kann ich nicht? Das wäre ein bisschen... Wie ich sehe doch den Bildschirm auch... Muss du eigentlich... Doch, kann es geben machen. Na, wo denn... Wie denn? Kriegst du auf den Gegenstand und was geben? Guck. Na, ich mache X und das Bewegen oder Entfernen und Verkaufen verbessern. Ah, nee, bei Waffen geht es anscheinend nicht. Nee, bei Waffen kann ich es auch nicht machen. Ach, äh... Äh... Wie blöd ist das denn? Scheiße. Oder warte mal, vielleicht musst du das Inventar reinpacken? Aber die haben einen Teil uns doch nicht das Inventar. Ja, stimmt. Oh Gott. Juuuut. Dann kannst du die dir bloß kaufen. Das heißt, die Schrotfinde würde ich wahrscheinlich auch nie finden. Müsste sie mehr kaufen. Na, oder wir testen uns gleich mal im... Im Spiel, vielleicht kannst du im Spiel Waffen übergeben nur. Ja, aber da... Dann die Sniper nehme ich jetzt nicht nur mal mit und dann ist das wieder voll... Nee, 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 wir testen bloß mal. Ja, okay. So, ich bin bereit. Ich meine, das wäre natürlich wirklich blöd, wenn du Waffen nicht übergeben kannst. Also alles andere, aber Waffen kannst du nicht. Das wäre ja ein bisschen... Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Pass die Station. Nicht zu weit von hier. Seid mir. Ich werde mal testen. Nee, tatsächlich nicht. Du kannst Waffen nicht übergeben. Hä. Ja, das haben sie ja blöd gemacht. Also... Du kannst sie wegwerfen, aber dann ist sie wahrscheinlich wieder verschwunden, ne? Richtig, dann... Es liegt sie nicht auf dem Boden, ne. Hier ist noch was Lesbaus. Las Plagas Parasit. Aha. Ich weiß nicht, wie viele Seiten sind da zu lesen. Ja, gut. Hop, hop, hop. So, hast du alles doofi so mild? Kann man sich eigentlich ducken? Ne, ne? Ich glaube nicht. Da ist wieder eine Sprengfalle hinten. Wo ist ein Rabe? Achso, ich dachte jetzt als Gegner. Oh, scheiße, vorbei schon. Jetzt auch noch hier hin oder wird, ey? Ja. Die kommen bestimmt in der Mine öfter vor. Ja, ja, gerade in der Mine, ja. Oh, oh, was kommt irgendwo hinter uns, hinter uns, vor uns? Wir wollen viel noch. Und noch immer. Jetzt kommt Besuch. Sprengfalle vor uns. Da kommen sie hinter uns. Und, und, und. Oh, leck mich. Oh. Oh. Oh, wie viele sind denn das? Hinter dir. Ich hab mir mal hinzuhören mit. Soviel zur Schrotflinte. Die kommen aber auch nicht in die Schell-Springfalle rand, ne? Die sind hier rechts am Waggon, glaube ich. Rechts am Waggon? Oh, das steht oben eh na. Ne, ne? Doch, ja, da. Ach, guck. Oh. Auf der linken Seite hoch. Ist das jetzt tot oder nicht? Natürlich nicht. Ah. So, der ist weg. Du hast seinen auch, oder? Nee. Jetzt. Aber ob dann viel rauskommt, wie sie... Ja, kommt viel raus. Tja. Also können wir Sprengfalle wegmachen, oder was? No. Wir gehen ja irgendwie doch nicht durch. Ah. Ah. Ja, die Hunde sind ja wirklich mal nervig. Ja, das sind ja... Hier ist noch einer oben drauf. Oh, scheiße. Er hat mich gerade getroffen. Ja, müssen wir hier überhaupt lang, wo ich jetzt hier rein kann? Nein, wir müssen hier lang. Also, wenn da oben nichts mehr liegt. Warte, guck mal. Doch, hier liegt noch. Wie komme ich denn da hin? Hier liegt noch mal die Zonen gegenüber. Kannst du rüberjumpen? Jo, kann ja. Da kannst du bestimmt auf den anderen Waggon auch noch rüber. Gold, gold. Gold hat deinem Gold. Mein Scheiß. Ja, genau so klang da D-Woch. Aber hier geht's ja doch weiter. Ja. Der hinten da? Auf der Seite, ja. Ja. Ich denke, hier geht's nicht lang. Na, hier. Auf der, ja. Aber du warst ja auch auf einem anderen Waggon. Was hast du denn da, wie der macht? Sprengfaller oder? Sprengfaller. 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 Äh. Wo bist du denn? Ich seh dich jetzt schon wieder gar nicht. Äh. Ja, was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Ich glaub, ich komm bei mir hier nicht lang. Was ist das da? Ach, Munition. Ist ja gut. Wo bist du denn? Hier ist... Oh, was ist hier noch? Ja noch. Was passiert? Ne, wahrscheinlich weil da auch schon auf Springfaller jetzt mal ballern müssen. Hehehe. Ja, weil du nicht da hattest. Ja, weil du nicht da hattest. Das sah lustig, wie du davon gefahren bist. Hehehe. Wie ist ich da nicht, dass du da plötzlich was machst? Na kommst du jetzt auch, oder willst du da? Ich weiß ja noch nicht, wo ich lang muss. Über die Bretter hier, oder was? Ne. Aber da komm ich nicht rüber. Nein, da wo ich vorhin auf den Waggons raufgegangen bin. Da bin ich ja auch... Du kletterst zweimal auf diesen Kisten rauf und dann... Dann auf dem Waggon. Ja. Und dann? Na hier... Warte, wenn du draufstehst, links zu dem Turm da. Alter, stell dich nicht so an, verdammte Scheiße. Ja, siehst du, geht doch. Wo siehst du mich? Ach so. Hey, du bist eben weggefahren. Ne, aber ich bin da runtergefallen. Mich hat ja die Explosion aus der... Lore? Lore rausgeschmissen. Ja, wie heißt das? Ja, 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 ja. Hier gibt's noch grünen Schalter. Grüner Schalter ist immer gut. Kommst du? Ne, ich komm doch. Boah, komm, wenn du nicht siehst, beeil dich hier mal ein bisschen. Na, erstmal mach ich jetzt sowieso, äh... Einen Folgenpäuschen, ne? Ist ja klar, ne? Tschüss. Kann ich das nochmal drücken? Nein. Nein. Da kommt bestimmt gleich wieder Videosequenz. Ach so. Und zwar. Ich bin da. Ich bin blvin.